Swimming Pool, der Schwimmbad-Podcast. Herzlich willkommen bei dieser ersten Ausgabe 0 des Podcasts Swimming Pool. Mir gegenüber sitzt Dietmar, Dietmar Rock, Geschäftsführer der Firma Fluvo Schmalenberger. Und mir gegenüber sitzt Markus, Markus Weber, Geschäftsführer der Firma Benke. Ja, Dietmar, wir kennen uns schon viele, viele Jahre, haben uns in der Branche kennengelernt und haben uns dann auch befreundet sozusagen. Du bist, glaube ich, fast noch ein paar Jahre länger wie ich in der Branche. Ja, es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Wenn ich mal ganz weit zurückgehe, ich denke, da war ich so 16 oder 17 Jahre alt. Da war ich der Poolboy in der Familie meiner Freundin damals. Und das Thema Pool hat mich damals schon fasziniert, glaube ich jedenfalls. Ja, ich glaube, da gibt es eine Parallele. Dich hat nicht der Pool fasziniert. Ich glaube, das war die Freundin. Bei mir war es nämlich ähnlich. Meine Freundin, deren Vater war Schwimmbad Bauer. Und der hat immer furchtbar viel zu tun gehabt, damals schon. Ich hatte kein Geld oder recht wenig. Der viel Arbeit. Puh, das war eine gute Kombination. Ja, so bin ich damals auch mit 18, 19 Jahren das erste Mal mit los auf einer Baustelle und habe Schwimmertechnik montiert und bin wirklich zufällig, ja, das war eigentlich mehr so Jobben und Geld dazuverdienen, damals in diese Branche reingeschlittert. Passt ein bisschen auch zu meinem Werdegang, sage ich jetzt mal. Ich mag so mehr das Technische, Dinge anfassen und sich mit Dingen zu beschäftigen. Und der Pool ist für mich ein total spannendes Thema. Da ist unheimlich viel Technologie drin. Und so wächst man auch über die vielen Jahre mit der Technologie und kann natürlich als Unternehmer die Dinge auch super umsetzen im eigenen Unternehmen. Viele Jahre ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Meilen wir gemeinsam geflogen sind, gefahren sind und in wie vielen Ländern wir unterwegs waren. Aber ich kann mich an unglaublich viele tolle Geschichten erinnern. Egal, ob wir in Vegas, Miami, Orlando oder in Krasnodar, Ekaterinburg in Russland waren. Und ich kann mich auch gut erinnern, wir hatten mal einen Flug in die USA nach Los Angeles. Ja, und ich habe das Gefühl, danach haben die Fluggesellschaften neue Regeln bei den Überlandsflügen in die USA aufgestellt. Jedenfalls kommt es mir so vor. Ja, es durfte keiner mehr im Gang stehen danach. Und vor allem, glaube ich, die mitfliegenden Gäste hinter uns haben auch viel über die Schwimmbadbranche erfahren. Ich glaube, wir haben von zwölf Stunden zehn Stunden diskutiert. Ja, und da wir doch auch nicht unbedingt ganz leise diskutieren, hast du wahrscheinlich recht. Ich kann mich schon daran erinnern, wie immer mal wieder der Purser kam und mahnte, wir sollen doch ein bisschen uns zurückhalten in unserer Diskussion und in der Lautstärke. Ja, genau deswegen machen wir wahrscheinlich jetzt einen Podcast, weil wir wieder da sitzen wie im Flugzeug und über die Branche quatschen werden, über die wir so viel wissen und über die wir so viel gesehen haben in all den Jahren. Da bleibt die Frage, warum tun wir das überhaupt hier? Da gibt es eine ganz simple und einfache Antwort. Da draußen träumen Unmengen von Menschen von ihrem Swimmingpool im eigenen Garten. Ich glaube, das ist auf der ganzen Welt gleich. Also überall, wo wir waren, ob wir Fachhändler geschult haben, ob wir immer wieder auch Kontakt natürlich zu den Endkunden, weil die Zuhörer, die wir ja ansprechen wollen, die wir aufklären wollen, die wir informieren wollen, die haben wir ja tausendmal getroffen. Das sind eigentlich unsere Kunden. Und da gibt es ja ganz viele Begehrlichkeiten und Wünsche. Und da wollen wir sicherlich unser Wissen, unsere Erfahrungen allen da draußen mit auf den Weg geben, die mit dem Gedanken spielen, diesen Traum im Garten Wirklichkeit werden zu lassen. So Markus, nach dieser kurzen persönlichen Einleitung von uns beiden, sollten wir mal ganz klar sagen unseren Zuhörern, warum machen wir diesen Podcast Swimmingpool? Die Antwort ist ganz klar. Wir wollen aufklären. Wir wollen allen Zuhörern die Informationen mit auf den Weg geben, die wir so mit uns rumtragen. Wir wollen die Leute einladen, die mit aufklären können, die mit Informationen geben können und die einfach den Zuhörer dahin bringt, dass er einfach weiß, wie funktioniert denn das mit dem Poolbau und dem Weg zum Traumpool? Absolut korrekt. Und ein zweiter Punkt ist, wir wollen die Komplexität, die in so einem Projekt steckt, in Fokus setzen, Fokus stellen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man ein Loch mit einem Bagger in den Garten gräbt, einen Pool reinstellt, Wasser rein und dann ist gut. Das ist es nicht. Es ist ein Zusammenspiel vieler, vieler Produkte, Menschen und genau darum geht es auch in unserem Podcast. Ja, Komplexität ein bisschen aufzulösen, das muss das Ziel sein, dass ein bisschen Klarheit reinkommt, ein bisschen Licht ins Dunkel und dass das Komplexe sich auch für den Zuhörer auflöst und er erkennt, Mensch, da blicke ich jetzt langsam durch, wie das geht mit diesem Pool. Ja, und dann kommt noch Punkt drei, ganz wichtig. Wo hole ich meine Informationen denn noch sonst her? Was brauche ich denn an Informationen? Und wenn du mich fragst, googeln reicht da nicht aus. Natürlich reicht Google nicht aus. Die Informationen, die wir liefern im Podcast, in den kommenden Folgen, gemeinsam auch mit Freunden der Branche, wir liefern Details, die man so nicht findet. Stimmt, weil googeln wird wahrscheinlich der Komplexität des Gesamtprodukts nicht gerecht. Und was passiert denn, wenn ich nach irgendwas suche? Ich lande auf irgendwelchen Pauschalseiten, ich lande auf irgendwelchen Paketangeboten. Das ist nicht das, über was wir hier sprechen. Was haben wir mit euch, liebe Zuhörer, vor? Kommen wir zum Ausblick. Wir präsentieren euch unseren Podcast Swimming Pool alle zwei Wochen. Wir haben eine klare Struktur, wir haben einen klaren Aufbau, jeden Podcast. Und wir haben eine ellenlange Themenliste. Ja, mit super Themen, wirklich tolle Themen und mit tollen Kategorien vor allem. Ja, und meine absolute Lieblingskategorie, kann ich jetzt schon sagen, ist die Kategorie Freunde aus der Branche. Weil da werden wir tolle Typen mit spannenden Geschichten und viel Erfahrung aus der Branche einladen. Und da freue ich mich wirklich sehr darauf, weil, also das ist ja mit dem einen oder anderen, hatten wir Familienurlaube schon. Also das sind wirklich Freunde und nicht nur Leute, die man mal so belanglos kennt. Und darum ist das einfach eine Kategorie, die mir jetzt schon irgendwie am Herzen liegt. Und um dies mal wirklich konkret zu machen, wir werden hier Menschen einladen, die in ihrem Fachbereich wirklich perfekt sind. Also wir haben einen Fachhändler, also einen Schwimmbadbauer, der wirklich tolle Anlagen baut, der verschiedene Awards gewonnen hat. Auch auf europäischer Ebene, es gibt ja auch europäische Awards, der hat er auch schon gewonnen. Also der kann wirklich viel erzählen über das Thema Schwimmbad bauen und ein Lichtdesigner. Auch ein tolles Thema, spannendes Thema, weil Licht findet ja nicht nur im Pool statt, sondern auch außerhalb des Pools, im Garten oder auch in der Schwimmhalle. Also Licht ist ja an vielen Stellen des Hauses oder des Grundstücks wiederzufinden. Wir haben einen Gartendesigner dabei, auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Der hat mir erzählt, er ist kein Schwimmbadbauer. Er kreiert Gärten mit Schwimmbecken. Toller Ansatz, ein ganz spannender Mensch, der wirklich wunderschöne Gärten designt und auch kreiert und auch sehr, sehr tolle Anlagen baut. Ja, ich bin absolut gespannt. Ich auch. Ja, und nächste Kategorie, Mythen und Märchen. Mythen und Märchen. Da gibt es in unserer Branche wirklich einige davon. Viele unterstreichen einfach auch mal Unwissen, ja, aber behalten sich hartnäckig in der Branche. Und da werden wir bestimmt zu jedem Einzelthema auch ein Mythos oder ein Märchen aus der Branche rauspicken und vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen. Und um noch besser aufzuklären, öffnen wir jedes Mal für euch die Technikbox. Technikbox ist wichtig, weil, ja, was am Auto der Motor ist, das ist halt nun mal beim Schwimmbad die Aufbereitung. Das ist ja auch mein Thema, das ist ja unser Thema hier bei uns im Haus. Und das ist wichtig, weil wir brauchen einen guten Motor in so einem Schwimmbad. Und wenn der gut läuft, dann wird einfach das Wasser schön. Aber wir wollen natürlich in der Technikbox, wir wollen nicht so in die Tiefe gehen, wir wollen es natürlich verständlich machen. Es wird kein Ingenieurstudium. Korrekt. Wichtig, dass man es versteht, dass man die Zusammenhänge versteht. Darauf wollen wir fokussieren. Ja, und ganz, ganz wichtig, Trends und neue Produkte, weil das Produktschwimmbad hat sich ja verändert. Es verändert sich ja ständig. Die Ansprüche des Kunden werden andere, die technischen Bedingungen und Möglichkeiten werden andere. Und darum möchten wir natürlich euch über aktuelle Trends, ob Technik, ob Design, ob Becken, Arten, Materialien, ja, auch informieren. Und hier immer mal wieder Ausblick geben, was denn auch Neues hier auf dem Markt erscheinen wird. Natürlich ist uns beiden, jetzt fast zum Schluss, ist ganz besonders wichtig, wir wollen gerne euer Feedback. Wir wollen eure Fragen beantworten. Wir freuen uns auf Feedback, auf Themenwünsche. Und was wir euch mit nach Hause geben, ist, schreibt uns eure Gründe. Warum wollt ihr euch einen Pool bauen? Was sind die Gründe dafür, einen Pool zu bauen? Es ist klar, Gründe ist Gesundheit, Fitness, Spaß. Aber was ist euer wirklich persönlicher Grund für einen Traumpool in eurem Garten? Schreibt uns das. Ja, und genau für diese Antworten von euch und natürlich auch weitere Fragen und Feedbacks haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um auch mit euch in Kommunikation treten zu können. Ja, und schickt uns eure Informationen und Antworten an redaktion.swimmingpool-podcast.de Oder folgt uns auf swimmingpool-podcast.de, da wird es sicherlich auch in Zukunft weitere Informationen, Links zu Herstellern und so weiter geben. Und ihr findet uns bei Spotify und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns kräftig, wir freuen uns über viele Follower und wir freuen uns auf jeden Fall auf viele Themen und viele Zuhörer. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Auch diese Folge vom Podcast Swimmingpool wird unterstützt von unseren beiden Medienpartnern, dem Fachschriftenverlag mit der Zeitschrift Schwimmbad und Sauna und dem BT-Verlag mit dem Magazin Haus & Wellness. Vielen Dank für diese Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.